Let's Play Soma nicht kämpfen konnte sondern einfach nur weglaufen beziehungsweise sich verstecken musste und das ergebnis war halt eben dass zig dass es wirklich zig kopien von diesem von dieser spielidee gab dass das ganze horrorgenre überhaupt mal wieder populär geworden ist und gerade im indie bereich hat wirklich eine menge rausgekommen ist dann war es eine lange zeit das ist lange zeit vielleicht so drei vier jahre was mehr oder weniger stillung frictional games und jetzt bringen sie ihr neustes spiel raus und ich habe mich jetzt im vorfeld nur so ein bisschen mal erkundigt ich habe den einen oder anderen test gelesen und was mal dort gelesen hat das ganze ist so ein bisschen kann man sagen so eine mischung aus bioshock und alien also das letzte alien das ist alien isolation und das kann ja eigentlich nur genial werden und ich muss echt sagen also das ist so das spiel auf das mich am meisten dieses jahr gefreut habe und deswegen würde ich sagen steigen wir einfach mal ein der start eines neuen spiels überschreitet ihren neuesten spielstand oh mein gott ich habe es schon gespielt nein ich habe nur mal kurz reingeschaut und und getestet ob die ganze technik funktioniert also von der story weiß ich ja zu gut wie gar nichts der ladeschirm erinnert mich so an ähm der evil befinden da gab es ja auch immer so dass man das hören warum auch immer eine ganze zeit in den ladesequenzen hatte realität ist das was nicht verschwindet wenn man aufhört daran zu glauben philip k dick es kann jetzt schon nur gut sein wenn philip k dick drin vorkommt ich denke ihr bledet oh das ist nichts es ist nur mein brain kann nicht zu bledet von dem accident hier, mach das nein, das ist für später, für den scan es ist grün Ashley, ich muss euch etwas erzählen Simon, bitte nicht das witzig nein, nein, es ist nicht so warum jetzt wer ist david münchen warum ist es nie genug Zeit für was ok, es war wohl doch nur ein traum ok, das muss man sagen also das ist so optisch jetzt nicht das was ich erwartet hätte direkt zu beginn aber was solls ja, ich bin ja, ich bin hi, Simon Jarrett ja, das ist mir mein Name ist david münchen wir sprachen earlier die brain scan i remember are you alright ja, ja just a bad dream are we still on for today ja, das ist why i'm calling i wanted to remind you to drink the tracer fluid i sent you it'll help me capture a better image of the damages don't worry, i got it somewhere ok, great we'll see you in a couple of hours then ok, see you soon ok, äh was ich soweit gehört hatte vom spiel ähm, ist dass es mehr oder weniger in der zukunft spielt ich frag mich jetzt nur wie weit in der zukunft weil Smartphones, das ist ja jetzt eher up to date als wirklich in der zukunft und das zimmer hier schaut ja nicht auch nicht so mega modern aus ok aber auf jeden Fall, was ich eben schon sagen wollte wenn so ein spiel mit Philip K. Dick anfängt dann kann es nur gut sein Hooked von Robin McConnell Mark und Diana Miller haben endlich eine Zeit für eine Pause sie haben genug Geld gespart um sich den langersehenden Familienurlaub auf Hawaii zu können doch während der Sonne am ersten Abend vor Waikiki Beach im Meer versinkt verwandelt sich Marx und Dianas Paradies in einen Albtraum als sich vor ihren Augen plötzlich Schwimmer in tausenden dünnen Ranken verfachen die ihren Ursprung unterhalb der Wellen haben die schreienden Schwimmer werden langsam ins dunkle Wasser gezogen als ihr siebenjähriger Sohn Charlie, der verzweifelt versucht sich in Sicherheit zu bringen äh, genau, auch ihr siebenjähriger Sohn wird von den bösartigen Ranken gefangen spannend, mystisch und absolut furchterregend am Haken wird auch sie einholen Klingt gar nicht mal so interessant Come on, radioactive tracer fluid, where are you? aber trotzdem eigentlich schon ganz cool aus und ja, hier sieht man so ein Feature das war schon in Amnesia so, dass man mehr oder weniger alles in die Hand nehmen konnte äh, ja hey Simon, es ist Jesse ihr werken dieses weekend oder was? ich wusste, dass du etwas gemacht hast war es dieses weekend? oder nächstes? anywho, schreib mir einfach eine E-Mail oder etwas love you miss you mean it end of messages ja, ich schwöre, dieser Mann hat die Erinnerung eines Goldfischs ich habe sogar eine E-Mail, um ihn zu erinnern, nicht wahr? äh, genau, was wollte ich sagen Philip K. Dick ist, ähm, wer ihn kennt beziehungsweise, ähm, wer schon mal seine Bücher gelesen hat er ist mehr oder weniger der Guru des, äh, des Science Fictions kann ich damit irgendwas machen? Nö ähm, also z.B. wer den Film Total Recall kennt oder, ähm, lass mich mal überlegen, was ist noch von ihm also Total Recall, bei dem wir spontan einfallen ist eine Geschichte, die auf, äh, sozusagen auf seinen Mist gewachsen ist ich glaube, ohne mich jetzt hundertpro zu erinnern, das das Originaldrehbuch, also da lege ich mich jetzt nicht fest, aber das Originaldrehbuch von Blade Runner stammt auch von ihm Mapping Minds, Albert Isakson ähm, dieses Werk enthielt, oder er hielt viel Lob als eine der ausführlichsten und dennoch zugänglichsten Abhandlungen über die Anatomie des menschlichen Gehirns ähm, dessen Funktion und unsere Wahrnehmung des Bewusstseins Finden Sie heraus, wie Ihr Gehirn von seinem Körper abhängt warum es nicht mit einem Computer gleichzusetzen ist und eine Vielzahl anderer interessanter Fakten, die Ihren Kopf zum Rotieren bringen werden Diese Ausgabe beinhaltet außerdem zwei neue Kapitel über die Entwicklung des Gehirns und wie diese und, äh, unser Verhalten in verschiedensten Lebensabschnitten beeinflusst ähm, ja, wir haben es ja schon mehr oder weniger im Intro, äh, gesehen, beziehungsweise jetzt auch nochmal, ähm, ähm, von unserem Doc gehört wir scheinen ja oder, ich vermute jetzt einfach mal, dass wir sowas wie ein Hirntumor haben oder beziehungsweise dass es vermutet wird und deswegen lesen wir uns jetzt schon bei dem ganzen, bei der ganzen Thematik ein und deswegen suchen wir auch nach dieser Tracer-Flüssigkeit äh, man sieht's, man kann die Schubladen hier ich weiß, ein komisches Feature, aber man kann die Schubladen mit Mausbewegung immer so auf- und abziehen, äh, was haben wir hier? Cinema Variety, das ultimative Filmmagazin, Summer Blockbuster, äh, Japanimation größer als je zuvor, Stunts vs. CGI dann kann die Antwort eigentlich nur Stunts sein äh, was ist ein Bottle Movie, das weiß ich leider auch nicht Massive Recall 2, Flawless Edition, okay am 13. Dezember im Kino, sollten wir uns vormerken jetzt aber zu damit aber diese Tracer-Flüssigkeit, das klingt das klingt aber auch wirklich absolut nach Science Fiction weil ich kann mir nicht vorstellen, dass es sowas gibt es sowas? Nee, oder? ja, hol dich schnell wieder in Liebe Mama, okay ja, uns scheint es wohl doch übel erwischt zu haben steht da Doktor, oh, ich kann den Namen kann ich leider nicht entziffern Entziffern, 7 bis 12, hm ah ah, Neurograph-Sitzung von, äh, David Manchi ah, genau, das scheint unser Doktor zu sein ich wollte Ihnen abermals für Ihre Teilnahme an unserem Forschungsprojekt danken der Scan wird in den PACE Laboratories in Toronto durchgeführt werden, aber da wir selbst Gäste sind ist unser Zugang ein bisschen unvorhersehbar ich werde versuchen, eine Scan-Session für Samstag anzusetzen sobald das bestätigt ist, werde ich mich wieder bei Ihnen melden, mit freundlichen Grüßen, David Manchi okay, ähm, ja, wir sehen 30. April 2015, das Spiel doch in der Gegenwart und, aber das scheint wirklich so eine neuartige Behandlungsmethode zu sein für die wir halt praktisch so als Versuchskaninchen dienen naja ähm, von Dr. Eric Perky lieber Herr Jarrett, es freut mich zu Ihnen zu hören dass Ihre Kopfschmerzen nun weniger häufig auftreten Ihre jüngsten Testergebnisse zeigen, dass sich Ihr Gehirn langsam erholt, wie es sich aber die Schäden anpassen wird, kann ich zu diesem Zeitpunkt noch nicht gesagt werden, die Blutungen werden mindestens noch für kommenden Monate anhalten und Sie werden uns einige Male im Krankenhaus besuchen müssen, um das Blut aus dem Hohlraum abzuleiten. Wir wollten verhindern, dass durch das Blut Druck aufgebaut wird dass ich exzessiver stresstötig auswirken kann habe ich Ihnen Prazosiden gegen Ihre Albträume verschrieben bitte lesen Sie die Packungsbeilage und nehmen Sie das Präparat entsprechend ein Versuchen Sie sich gut zu erholen wir treffen uns dann nächste Woche Ah ok, wahrscheinlich haben wir doch keinen Tumor, weil wir haben ja den Intro jetzt alle gesehen, aber ich hatte halt angenommen, dass es nur so ein Traum dass es wirklich nur so ein Traum ist, wo er sich praktisch irgendwas einbildet was überhaupt nicht der Realität entspricht, aber scheinbar ist es wohl wirklich so gewesen, dass wir so eine Art Unfall hatten und sich praktisch Blut in unserem Gehirn angesammelt hat beziehungsweise was ein bisschen schräg war, wir hatten doch in dem Traum, obwohl man das ich glaube, ich weiß nicht ob das seine Frau oder seine Freundin war, man hat sich ja mit ihr unterhalten und über diesen Unfall und dann hatte man ja scheinbar noch einen Unfall, so wie ich das verstanden habe das ist alles ein bisschen dubios Jesse DeGrimoy Oh, ich vergesst zu senden Ah ok, das müssen wir noch senden Hi Jesse, da hast du wahrscheinlich vergessen, das möchte ich mich daran erinnern, dass ich morgen diesen Arzttermin habe also nicht zur Arbeit kommen werde das bedeutet auch, dass du dafür sorgen musst, dass du den Laden auch tatsächlich rechtzeitig aufschießt Bitte pack auch die Kisten hinter den Dresen aus da sie langsam aber sicher zu einem Arbeitsplatz Gefahr entwickeln, tendenziell verkaufen sich Bücher auch viel besser, wenn sie in die Regale gestellt werden, wo die Leute sie sehen können Ja, das könnte man meinen, viel Glück Simon Ok, wir sind Simon und sein Partner ist Jesse, dann send mir das mal Ja Better late than never Ja, das sag ich auch immer Ok Verspiegelte, äh, beziehungsweise wie nennt man sowas kristallisiertes Fenster Milchglas So, Milchglas ist es Jetzt haben wir es Typisch für ein Badezimmer Was haben wir hier? Zahnbürste Ah ne, Na Hallo, Nagelknipper Ok, ich muss sagen Ah, jetzt ist er weg, der Nagelknipper Ähm Das ist das erste Mal, dass ich im Videospiel Nagelknipper sehe Meine Güte, purer Realismus hier Kann man hier irgendwas machen Außer Licht an? Ne Ich hätte jetzt eigentlich erwartet Das ist aber auch nur eine Zahnpasta, oder? Das ist die Flüssigkeit, die wir suchen dass die hier vielleicht drin ist Hm Scheint wohl nicht so zu sein Hier hab ich jetzt schon geschaut Kann ich die Fernseher anmachen? Right, watching TV gives me headaches now Thank you brain Das hat auch leider nicht wirklich funktioniert Was haben wir denn hier? Massive recall Kann man sich den irgendwie anschauen John Hui ist ein korrupter Polizist in Hongkong Sein Leben wird komplett umgekrempelt Also eines Tages die mysteriösen Ausländer Ausländerin Amber trifft Die von einem Golddrachentriade Gefangen gehalten wird Machen sie sich bereit für einen Kampf ohne Gesetze Denn jetzt ist es an der Zeit mit der Triade der Polizei Und überall natürlich Kräften des Untergrunds aufzuräumen Machen sie sich bereit für Massive recall Das klingt irgendwie wie so eine Mischung aus Beverly Hills Cop Und ähm Big Trouble the Little Shiner Meine Güte das klingt sogar richtig gut Jetzt haben wir hier Altes Äh Alte Fritten Lecker Hier sind nur Tassen drin Vielleicht eine Schublade Obwohl es keinen Sinn macht Das In solchen Schubladen rein zu tun Okay Wir haben einen Teller und Tassen Ah Wir stellten das zum Geschirr Ich hätt's jetzt am ehesten noch im Kühlschrank erwartet Aber Was soll's Haben wir das erste Rätsel gelöst würde ich sagen Das kam nämlich auch noch dazu Ich hab ähm Was ich gelesen hab Die Rätsel sollen teilweise schon Aber die Rätsel Es ist wie ein Penne Ich hab das noch nie gemacht an einem Penne Gelutscht Deswegen kann ich das nicht sagen Ähm Aber ich hab ja schon gehört Dass die Rätsel in dem Spiel einigermaßen kompliziert sind Ähm Aber fast food Ich sollte etwas gesundes auf meinem Weg nach Hause kaufen Ja Ähm Also dass sie einigermaßen tricky sind Aber das erste Rätsel Wenn das dann eine Rätsel war haben wir schon Ordentlich bestanden Remind Jesse Pick up mats Äh Flowers for funeral Oh je Das hab ich nämlich auch vermutet Ähm Das ist seine Was haben wir denn hier To Simon Jared Kann man das irgendwie aufmachen? No Kann ich das nicht aufmachen, sag mal Wahrscheinlich nur Rechnung Die will er gar nicht aufmachen Ähm Ich hab schon ein bisschen vermutet Dass es seine Freundin war Die wir am Anfang gesehen haben Und dass die Diesen zweiten Unfall Wenn es ein zweiter Unfall war Wahrscheinlich nicht überlebt hat Also es wäre so eine typische Geschichte Deswegen Ich hab ein bisschen Schiss vor der Hand die da oben ist Ich frag mich Oh wir haben schon wieder angerufen Ach da ist ja der gute Jesse Ich finde es aber cool man kann sich hier sogar entscheiden aber ich denke mal ich werde rangehen Jesse Hey Simon I got your e-mail Just wanted to wish you good luck And let you know I got you covered Thanks I should be able to come to the store after the scan Don't sweat it I got Matt and Chris help me out Matty from SNL? I guess you didn't hear He's coming in full time Working the comic section That's Ashley's job Yeah Well I know Forget it Not doing her any favors by leaving an empty spot Not like she's coming back Well Good luck Hope they find a way to reverse the whole You know Dying thing Dying thing? You're the worst support ever What should I say? I'll see you later Jesse Don't burn the place down while I'm gone Over and out buddy Okay Jetzt haben wir auch einen Namen für seine Freundin Wenn es denn seine Freundin ist, das wissen wir ja noch nicht Ashley Die gute Ashley scheint auch mit uns zusammengearbeitet zu haben Ob das etwas zu tun haben wird mit der Story? Ich gehe mal stark davon aus Was schon ganz cool, dass das Spiel hat Hallo? Dr. Munchy? Also wer halt schon mal Bilder oder beziehungsweise Videos von der äh von dem späteren Spiel gesehen hat oder wie es halt im späteren Verlauf aussieht ähm das ist ist ja dann schon ganz anders, also mit dem ganzen Science Fiction Ambiente Where is everyone? Thought this place would be busy Ich streiche mal ein bisschen die Wand, wenn das denn geht Geht leider nicht Ähm Ich finde das schon Ich finde das schon ganz interessant, dass das Spiel halt so vom Stil komplett anders anfängt Einfach mal so typische Ich möchte jetzt nicht sagen idyllische Welt, weil wir bluten aus dem Hirn Aber sag ich mal normale Welt Ich glaube ich mache die Vorhänge lieber zu, weil das schaut nämlich nicht sehr schön aus Jetzt bilden wir uns ein, wir haben das nicht gesehen und drehen uns einfach ein Die Grafik schaut sehr schön aus Was haben wir denn? Na ja warte ich schau vielleicht erstmal auf den PC Ähm Paul, wo bist du? So, wir haben noch ein paar Stunden Ich habe Simon Gerrit erwischt Lass es uns das durchziehen Ich habe den Notebook an der Rezeption gesehen Bist du schon hier? Von wem kam das? Ach von David Munsch Okay Ähm und zweiter, hi Paul Ich habe mit Pace über die Laborzeit dieser Woche gesprochen Ich konnte den Scanner für morgen früh noch einmal für Freitag buchen Ich weiß, das macht zwar nicht viel her, aber sie haben gesagt, dass die leerstehenden Rezeptionsbereiche als eine Art Büro benutzen können Dadurch können wir an ihren Computern Simulationen laufen lassen Außerdem können wir schnell ins Labor gehen und den Scanner benutzen, wenn sich plötzlich ein Zeitfenster im Benutzungsplan auftut Ich dachte, wir könnten morgen ein paar Tests laufen lassen Wir könnten uns gegenseitig scannen und die Ausrüstung kennenzulernen Angeblich soll es recht einfach sein Hoffentlich wird der Dr. Aaron Peake am Freitag jemanden rüberschicken Einen der Patienten hat kürzlich einen Autounfall, klingt interessant Okay, das sind wohl wir, das Versuchskaninchen Und hier, wir sind eingesperrt Im Laborbelegungsplan gab es heute ein freies Zeitfenster Leider hat uns niemand über eine Änderung des Zugangscodes informiert Ich rief deswegen den Sicherheitsdienst an und brachte Professor Way dazu, unser Projekt zu bürgen Dann bekam ich endlich einen Oberboss der Rechtsabteilung von Pace an den Hörer, der unsere Labornutzungsberechtigung erneuern konnte Den Code darf ich nicht in ihm mit Textmeldung weiterleiten, werde ihn aber über eine Notiz oder so etwas hinterlassen, falls wir ihn vergessen Pau Hm Hm Man kann sich selbst heilen Das Gehirn verfügt über verblüffende transformative Fähigkeiten, eine Formbarkeit, die ihm als Kompensation oder sogar die Heilung von Verletzungen ermöglicht Diese Worte stammen von Paul Berg, einem Doktorand der Neurowissenschaft der York Universität von Toronto Diese Fähigkeiten sind es, die Berg und seine Kollegen David Manchi, seines Zeichens Student der Computerwissenschaften anzuregen hoffen Es geht darum, dem Gehirn beizubringen, das Richtige zu tun Wir hoffen dies mit einfachen Komponenten wie Übungen, Therapie und leichten Medikamenten zu erreichen Manchi und Berg suchen dabei aber nicht nach einem Wundermittel, sondern nach der optimalen Behandlung für jeden einzelnen Patienten Sie beginnen mit der Aufzeichnung von etwas, das man Nakajima Neurograph nennt Es ist wie ein richtungsweisendes Bild, sagt Manchi Aber anstatt eines Status Gehirnscans kann uns der Neurograph sagen, in welche Richtung unser Gehirn unterwegs ist Okay Es geht ja wohl um das Thema Selbstheilungskräfte Was ein bisschen schräg ist, dass hier kein Schwein ist, obwohl wir eigentlich empfangen werden sollten Und vor allem schaut das hier irgendwie nicht wirklich aus, als wäre hier normaler Betrieb Ja, dann rufen wir den guten David Manchi rein Das ist natürlich super Ja, wir haben es ja schon rausgefunden Jawoll Das Geräusch, was wir gerade hören, das wäre nämlich auch so ein bisschen an Amnesia Da hat man ja so seinen Geisteszustand durch Rätsellösen immer verbessert Und da kam auch immer so ein Geräusch Ah, hier ist zu Was haben wir hier? Name, James, irgendwas, 9 bis 12 Können wir leider nicht aufmachen Schaut's mit dem Erste Hilfekasten aus Geht auch nicht Hm Ich würde mal sagen, wir nehmen die offene Tür, oder? Cyberfreitag, Steve, all day Das klingt doch sehr nach was für uns Ja, ich weiß, dass es noch nicht so viel passiert Aber ich würde sagen Heben wir uns das Spannende für die nächste Folge auf Wenn es wieder heißt Let's Play Soma Also, bis dann! Unfall